Ok, äh... Segeblatt behalte ich mal. Äh... Braucht zufällig? Weiß jemand, der... 61... 51 Grounds? Sieben, äh, drei Siebenfünfziger? Nee. Nee, 62 mal 51. 62 mal ein Siebziger. Nee. Aufheben. Ja. Aufheben. Also, ich habe jetzt was auf... Ich habe noch eine Pistole mit 22 Schuss. Tanja, was willst du für eine Pistole? 25 RC. Schiss brauch ich da. Ah. Ich habe gar keine Pistole. Ich habe die eine habe ich Helden gegeben. Können wir losfahren? Also, gebe ich dir die noch hin, Markus. Wohl, warte mal. Ja. Also, ich gebe sie dir. Ich bin ja nicht da. Oh, wissen du, oder? Das wir auch gar nix zum Schießen jetzt. Ja. Noch gar nix, ne. Aber wir können erstmal zum Dings fahren, zum... Nee, komm doch rein jetzt erstmal, dann kann ich das nicht mehr geben. Oh, ich habe nochmal Munition gefunden. 22er. Oh, ja. Wo bist du? 22er? Ja, ich brauche die. Ja, ich brauche die. Also, nicht, 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 nicht 22er, also 223er, sondern 22er, ne? Ja, die brauche ich. Okay. Du hast, du hast 223, Markus. Das gewähre, was ich dir gegeben habe. Kommt. Ich komm. Ja. Das sind alle beim Auto. Das war mir wieder klar, dass ich der letzte Win war. So, Achtung. Oh. Einmal hier. Bitteschön. Bitteschön. Win ThisBLick, wie auf die beiden Eizendes Pendeln It unweiv Eins, das Din nahe. Jetzt bitteschön. Jetzt, bis Ende der Win-Wover. Nachrichten kann ich nicht kommt, Z1 muss erst die Sign AE winen. den Kuhl rausnehmen und dann kann ich sie benutzen also ich brauch nur die Kuhl fahr ich nicht weiter ich hab Respekt vor diesem Auto jetzt hast recht halt die Hüste ok wo lang? einmal hier oben was hier? entschuldigung, kalt aus kalt aus, kalt aus endlich es wird noch schön fahren, wenn alle vier Räder sind, oder? da vorne fährst du jetzt rechts rum ja, richtig immer an das war wahrscheinlich der Robka-Buddel vorhin oh, was war das? hast du da mitgenommen? geplatzt! das ist ein Reifen geplatzt! herrlich? ja man, vorne nein doch, was vorhanden ist heute sprichst du funkt mich so ja jawohl, da ist nur drei Reifen ja, ein Reifen fehlt einfach ok, funkt jetzt ah, durch die Geschwindigkeit ja, vorhin hat er nicht gefunden, wo lang boah warum eierst du so rum? jetzt geht es links rum nach vorne vom Gas geht natürlich auch nicht ist das klar bis zum Ende du fährst die Straße immer geradeaus durch und kommst dann nach den neuen Ort und zum großen und da kannst du looten, du das ist Wahnsinn und da machen wir es für Ende ja also wir können ja dann drinnen rumlooten wenn ihr wollt wir müssen leider morgen Frühbarzeiten raus morgen ist ja Weihnachten naja, wir müssen ja auch raus ich bin seit 2 Uhr heute Morgen wach hallo, ich bin seit 2 Uhr heute Morgen wach äh gestern hallo, ich war die ganze Woche nicht im Bett ja, in deinem Bett nicht ja, ich vor allem auf der Sofa eingeschlafen aussehentlich ich war nicht so bequem vor dem PC eingeschlafen geht's hier hoch, oder? oh, da ist noch die Straße, Digga hast du gehst hier noch hoch? das ist die mittlere Straße ach, Fitte ist Strafen muss man kennen Fitte ist Strafen Fitte ist Strafen 8 Uhr 8 Uhr kommt raus, gell? ich spring raus ach, ich spring raus ach, du zieh mich jetzt kurz mit, du nachher legt doch Fitte was hoch warte, fahr ruhig weiter fahr ich weiter fahr ich weiter ah,häh ich kann das du hast was dann vielleicht wieder besser alter mal, ich komme her ich komme rein ja schmeiß ein altes Gewehr weg oder gibt es Tanja oder so hier ich hab kein doch komm, dann geht jemand anders geht das nehmen, holen los das war gar kein schluss in den wir sind schlussend und wir brauchen wir sind Elektrogerät was ist das Doppel wechseln siehst du es nicht jeder Armin auf die Warte macht nichts anderes ja nicht wegschmeißen soll einer kommt jetzt nicht mehr tragen kann aber auch der Zweig ist so ich habe den gleichen von den Eiffen gewesen Entschuldigung denn hier gibt es auch mal den Revolver und ich brauche auch was kleines Umwandern in drei sieben sie auf meiner haben die Nachbarkeit auch geht auf jeden Fall er will sein ja auch nicht auf die Städte in die heiße Leer wenn ihr nicht habt und ihr zwei in zwei Jahren wieder auf was sie machen ich habe nicht in den letzten Jahren was wir machen eine kleine Waffe der Wasserreiber auch so können die große Offenheit ja also auch so lange gewünschen die mir wieder menschen ist wieder ja und für die ledigen auf dem das war nie nun diejenigen also bleibt immer noch platz in 9 mm Neon Park soll er gewöhnen ich konnte auch für die Alterung ich konnte nicht mal ich hab Platz das wird auch nicht und ich habe das auch von ihm auf dem was sie lassen ich habe das Leben wir nehmen sie was sind sie sie lassen was sie mehr rein da liegt sie in der Nähe mit mehr weg ist ein viel Schuss mit gewartet scheiß denn die Strecke an 9 Millimeter suchen wird die Schuss 9 Millimeter Verdammt! Hier liegt was! Dickes! Ach, verdammt! Alter wirft sich auch mal auf den Boden, als wäre es sauer, du! Nee, ist weg! Scheidengleister! Ja, ist ja gut! Also zweimal rausgetan oder nur einmal? Zweimal, einmal das Magazin und einmal vier Patronen! Vier Patronen habe ich! Und das Magazin? Hab ich auch! Achso, dann ist ja gut, ist alles gut! Dann war ich doch aufgesammelt! Ja ja, es ist nur ein Klumpen! Okay, also gut dann! Ah, alles sonst gesucht! Ich kann gar nichts essen hier, ne? Okay, also, dann kann ich gar nichts drücken! Kannst gar nichts drücken! Und du kannst aufs Dachsteigen, semi! Wozu sie! Die geht auch rein, guck mal! Ja, richtig! Reifen hat sich gefunden in dem Haus, oder? Ach, komm, kannst du die Häuser! Guck, guck, von vorne! Ist ja schon die Stadt! Nö! Normal nicht! Das hier! Alter! Ah, das ist schon Grenzbeziehung! Ah, das haben sie gesagt! Militärbase! Ah ja, Militärbase! Alter, halt! Ah, jetzt offen! Ah, jetzt offen! Meine raus! Renne hier so! Guck mal hier! Hier sind... Ah, ihr Zeltiger! Komm, kurz rein hier! Na, sie gesagt, wie bei DC! Da haben sie hier Stützpunkte aufgebaut! Ja! Komm, fang an mit Loten! Ich hab' nicht Schaden gefunden! Ich hab' ne Kreissäge gefunden! Äh, 308er Rounds! Brauch' ich? Ja! Da hab' ich 22er für Julien! Hier ist alles voll, Alter! Ich hab' 23er für Julien! 23er habe ich hier auch, inklusive Gewerb! Ah, okay! Ah, okay! Ich brauche schon der anderen Teilnehmer von 45ern! Also alle zwei才ens und sie jetzt mehr! Ja, aber ich hab' ich hab' ich hab' Wipfel, das war los mit Blutemann! Ah, sie wird das auch mal nennen! Sie sind so auch mal nennen! Boing! Ja, geil! Ich hab' nenne! Aber wie ein Elektrogerät, Markus? Kreißsiegerät! hin ich gebe dir was bitteschön achso, wir brauchen die 23er, die braucht wer brauchst du ich brauch nur die 12er Schuss nur die Schottgang und, wo bist du? da, der grüne oder was? da, der hüpfende, genau du brauchst die 23er 23er, die braucht Markus eigentlich jetzt auch nicht mehr ne, die 308er brauch ich ich brauch nur 22er ja, voll 22er ne, ich hab die 223 ja, das ist Markus seine zweite Waffe warum kippt der mir die dann? ja, weiß ich nicht also, ich brauch die 22er ne, 22er hab ich leider keine ok dazu hab ich jetzt 10 Schuss die 223er ok, dann nehm ich die und die 308er von Julien ja ok, einmal das da kommen die 223er so ein Stück 7, 62, 51er werden wir die hab ich, ok, Julien achso, ihr steht alle davor tritt euch mal um achso ich schäme mich so ich nehm sie nicht auf jetzt nehm sie doch ui, hier ist ne Pumpgun, ne Shotgun ja, das ist hast du wenigstens Patron dazu? weil das ist meine also, ich kann ja auf alle Fälle nicht mehr nehmen ich hab sie, genau ist wenig Patron drinnen? äh, nein ja, die Pumpgun hab ja ich ja, ja AT12 Shotgun sieht die besser aus wie meine? ich glaub ja, wo ist sie denn? ja, bei mir ja, bei mir hier drin? nein, nein, nein ich hab sie ich hab sie ich hab sie genommen wo bist du denn? ja, da was denn der eine ist? zeig mal hinten da ja ist das nicht die gleiche? warte ah AT12, ne? ja, ist genau die gleiche ist nicht die andere, die schöne naja, schade und wir haben keine Patronen drinnen gehabt, oder? nö nö so, wer braucht jetzt noch was? was hab ich denn verwaffnet? ich hab aufgesammelt 7 62 51er ja, die hab ich auch hast du auch? 62 51 was? 62 51? ja hab ich doch aber nur Munition noch von ja, nur die Munition halt nicht, er soll einen die mal erstmal nehmen ich hab auch noch Gewehr Kali BA 70 die hat der der Markus schon die hat der schon ne, ich hab ich, ich hab, ich hab, äh, Renegade 700 hab ich ah, ok, 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 was anderes, ok was für Munition kommt da rein? das ist auch für DDD, äh, 2,2,3 ok, ich hab nochmal Rounds aufgesammelt, 7 62er 39, also mal 39 ok ich hab 1 50 mal 1 50, 7 62er es gibt auch Maschinengewehre und sowas naja, ja, ja, ja also wer nimmt mir jetzt die Patronen ab, wen kann ich das geben? dann nehm ich sie kurz abgebaut dann gibt mir die Munition mal her ich bin hier bin ich vorbei ja, was mit dem da hinten? ja, das ist eine Base, das ist kein Ding, das ist gebaut worden da drüben ich glaub das sogar zu, weil es hätte ich weitergegangen ah, das wissen ja ja, aber Achtung hier liegt ein Reifen perfekt ja, ich hab den letzten Reifen geil oder fehlt nochmal einer? ja, das war ne, ne, ein Reifen hat jetzt gefehlt den hab ich jetzt oh, ey, ich hab den mal ruck zu tot, also lass ab ins Auto also ich brauche unbedingt noch 22er 25er, wie viel Schuss hast denn schon? 3 3 Schuss? warte mal warte mal ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, äh ich hab ihn, ich hab ihn, wir was, ja warte mal äh, alle mal ja, ich hab ein Magazin mit 7 Schuss drinnen, achso, ja mit 7 Schuss drinnen, äh, äh, Entschuldigung hm ich hab, ich hab ein Magazin mit 22er, ich weiß nicht, wie geht das? ja, doch, dann, das geht das geht das geht auch ok also dann, wo ich hier drüben Achtung wie viel Schuss hast du, Tanja? hm hä? was, und mir will, sie als 2 6 ne Seal und j ja Menschen laden nach oben hat und okay das ausgelöst und so also wartet mal ich kann die Kräften eine Möglichkeit der die die Dingskräften meine Mütter man schuldgange und im Modus in der vier 22 5 werft wirklich um Kugeln was geht denn das war man ziehen also ja nicht das war das wollen wir für die größere Waffe der wir gedacht ist morgen der Leiter viel da hat immer das Wolling-Megaleit nicht nach mir sicherlich ganz hellig alle Reifen dran okay los rein und dann ab zur Stadt Oh, hab ich den auch noch? Ja. Ah. Okay. Aber du sitzt gerne in die Mitte. Ja. Ich bin ganz sicher, dass du... Jetzt sind wir geil aus, du musst nur machen. Das hat gelohnt, du. Das hat funktioniert. Aber alles dauert ein bisschen Zeit in den Spiel, ne? Selbst Kräftlinge, ne? Ja. Es ist nicht alles, was passiert, für die auch gut werden. Alter, das dauert nicht. Ja. Ich hätte genehmigt waren. Siehst du die noch durch die Straße? Ja, hier. Dann rufst du das Auto. Boah. Der ist eingeschlafen. Der ist eingeschlafen. Der ist eingeschlafen. Mal so schnell gehen. Das läuft beim Langsamen. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Du hast genau drauf zugehalten. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's mal gesehen. Ich hab's mal gesehen. Ich hab's mal gesehen. YouTube ist mein Zeuge. Ja, genau. Das können wir nochmal wiederholen. Also es war gerne ein Teil drauf. Ich wollte nur nix sagen. Aber es ist mal ein Erik. Okay, wir kommen in die große Stadt. Soll man den Zugermarkt hier vorne auf dem Eck nehmen? Ja. Ja. Hier runter. Genau. Wir haben Glück und Essen. Genau. Wir lassen uns dann auch am besten raus und sammeln uns das nächste Mal wieder ein. Super. Also ich geh raus. windig. Also lass uns mal los. Ich geh raus. Es ist vom Auto weg. Oh ja. Oh ja, das war ne gute Entscheidung, Horus. Alles voll. Oh ja. Ein Apfel. Den ess ich so schnell. Oh ja. Handschuhe und und die Trinkflasche direkt im Klo weiß ich ob das was bringt nicht so keine Verwechslung wurde im Waffen das war überstecken was soll er stecken und mit Vorfahren mit sich zu ihren Kunden zu sehen ein dringend ist nicht nur sich für uns zu betrachten wenn es sich auch nicht so machen 8 ich hoffe ich habe ein bisschen Geld hin wenn er schon was nimmt Nö warum auch HM so also versteckt man den Bus ein bisschen alt und sie macht ja schnellen das stimmt mal nein wie gesagt nun müssen sie verstecken hier weil sie war alles nix frei hier Scheiße oder wenn ihr weiter spielen wollen Kölner können wir kein Ding aber ich verstecke mich hier irgendwo kann er kommt aber wusch versteckt ist so doch bisschen weit oben wo man denkt da kommt man nicht mehr ja der wird auf jeden Fall weg sein nein wir sind grün anmalen es gibt ja auch dabei wo soll ich die verstecken naja hier am Felsen weiß ich nicht da geht man natürlich keine Ahnung hier ein bisschen an die Bäume hier wieder rein Vorsicht hier drüben und da wird so weit weg sind hier halblich brennen hier müssen rein in die Buchschreibung immer ein bisschen weg genau so vielleicht genau halt in der ich glaube auch nicht Prozent er doch alle ich gucke von allen Seiten das ist ja auch schon der Ort war naja das war die Worte besser wird nicht okay versucht so ja so hat die Mauer sonst mal ja gut Wichtige Sachen aus dem Auto genommen? Ich geh an den Baum hier. Kannst du? Warum? Warte, ich bin gerade dabei. Wichtige Sachen drin? Oh, Alter, eine Mega-Base so drüben. So, ich hab jetzt alle drei Sachen rausgenommen aus der Reifen. Okay. Also, ich weiß nicht, vielleicht sollte die Wand 13 mitnehmen. Ich kann aber mitnehmen, ja. Oh, sie hat auch schon eine Abdeck gemacht. Auto, ein Auto. Nicht aus. Nicht aus. Nein. Ich komme mal rein. Nein. Ich bin draußen. Okay, ich nehme noch was mit vom Auto. Ein Reifen für mich genommen. Zwei Reifen für mich genommen. Er fährt noch. Okay, gut. Geht auf mir rein? Warum ist die Lichter noch am Auto an? Mach aus. 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 Geht raus. Geht raus. Geht raus. Ja, ich geh raus. Raus mit euch. Okay, Exit Game. Exit Game, ja. Ich bin draußen. Jetzt holt man sich natürlich das ganze Haus. Ach, scheiße. Ich hoffe nicht, dass man schon draußen ist, ne? Gut, Freunde. Dann war's das. Vielen Dank fürs Spielen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Ah, so viele Updates. Was? Daisy. Ja, du hast ja vorher nichts gemacht. Strander Deep. Ja.